Vom normalen Typen oder vielleicht sogar vom übergewichtigen Typen zum Athleten oder zum, sagen wir mal, Sportler in über zwei Jahren. Ich möchte dir heute meinen Weg dorthin erzählen. Ich bin kein Sportwissenschaftler, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Ernährungsberater, ich bin nichts dergleichen. Ich bin ein normaler Typ wie ihr, wie du. Aber ich war es leid, vielleicht nicht so fit zu sein, wie ich das eventuell sein hätte können. Und ich möchte dir einfach meinen Weg erzählen und vielleicht kannst du davon irgendwas mitnehmen und vielleicht auch dich umsetzen, wie auch immer. Grundsätzlich, um irgendwas zu verändern im Sinne des Körpers oder irgendwelche Rituale zu verändern, braucht man immer irgendeinen Motivator. Und den Motivator, den habe ich gefunden in Form von A, der Leidensdruck war zu hoch und B, ich habe neue Ziele gehabt. Und das in Kombination war natürlich ein wahnsinnig guter Motivator, um irgendwas zu verändern. Und wenn man heute körperlich was verändern will, dann bedarf das massig Disziplin und das geht nur mit wahnsinnig hoher Motivation. In meinem Bereich oder auch in deinem Bereich ist natürlich unser Motorrad-Motorsport wahnsinniger Motivator, um vielleicht Dinge zu verändern. Motorrad-Motorsport ist extrem anstrengend, ist ein extrem intensiver Sport, auch wenn es für viele nicht so scheint. Motorradfahren auf der Straße nicht, aber auf der Rennstrecke ist es sehr intensiv. Und das sind jedes Mal sehr intensive Hiteinheiten, kannst du eigentlich fast sagen. Also du gehst 20 Minuten raus, 20 Minuten All-out-Sprint mehr oder minder und dann hast du wieder eine Stunde Pause und so geht es halt dahin. Und mich hat es gestört, dass ich nicht maximum fit war und gefühlt habe, ich habe mehr Potenzial im Kopf vom Fahrerischen her, als wie mein Körper das eigentlich mitmacht. Und das hat mich gestört und das war ein Leidensdruck und das Ziel war natürlich auch besser zu werden. Und deswegen war auch das grundlegende Ziel, das Ganze langfristig anzuvisieren und nicht kurzfristig. Das heißt, ich war nicht interessiert an einer dreiwöchigen Fastenkur oder irgendwas der Richtung, wo man 10 Kilo verliert. Das war für mich nicht relevant. Ich habe zwar jetzt in zweieinhalb Jahren knapp 19 Kilo verloren, aber ich habe auch Muskeln aufgebaut an den richtigen Stellen. Und ich wollte nicht nur einfach nur abnehmen, sondern ich wollte wirklich richtig fit werden. Ich wollte ein Sportler werden, ich wollte sportlich werden, ich wollte gesünder leben und, und, und. Und das war halt so mein Weg. Und dadurch habe ich eigentlich meine komplette Lebenseinstellung verändern müssen. Und ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber im Großen und Ganzen ist es für jeden machbar. Und ich erzähle dir mal, wie ich das gemacht habe. Angefangen mit dem Thema Ernährung. Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe alles gegessen, was ich wollte. Aber, mit einem großen Aber, in anderen Mengen und Massen. Wo ich früher vielleicht einfach nicht drüber nachgedacht habe und mir halt die Packung Gummibärchen oder die Chips waren nie so mein Thema, aber halt irgendwas reingeknallt habe am Abend beim Fernsehschauen und einfach nicht drüber nachgedacht habe, mache ich das jetzt einfach so ein bisschen bewusster. Also, klar, wenn ich was Süßes will, dann gönne ich mir was Süßes, aber halt nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal. Oder man gewöhnt sich auch irgendwann so daran, dass ich teilweise zwei, drei Wochen überhaupt nichts Süßes esse und mir fällt es gar nicht mehr auf. Aber das muss man am Anfang wirklich bewusst machen und einfach so ein bisschen drauf verzichten. Zusätzlich kann man relativ einfach auf Zucker und Kalorien, unnötige Kalorien verzichten, indem man einfach nur Wasser trinkt. Einfach Wasser. That's it. Das ist das Wichtigste in Form von Flüssigkeit, was der Körper braucht. Der braucht kein Spezie, er braucht keine Limonade, er braucht kein Cola, das braucht er eigentlich alles nicht. Er braucht hauptsächlich Wasser und da kannst du schon mal extrem viel Kalorien sparen, indem du einfach nur Wasser trinkst. Das habe ich auch gemacht. Und das Witzige ist, wenn du dann mal eine Cola trinkst, weil es dann eine Seltenheit ist, alle drei Wochen oder vier Wochen, keine Ahnung, zu irgendeinem Anlass, weil jetzt bist du gerade, hast gerade den und den Sport gemacht oder jetzt bist du gerade richtig ausgepowert, jetzt gönnst du dir dann mal eine Cola, dann schmeckt die einfach auch ganz anders, als wenn du die fünfmal die Woche trinkst. Also das war auch ein Vorteil. Das Gleiche, was das Thema Alkohol und Bierchen anbelangt, also was ich früher in der Woche getrunken habe, das trinke ich jetzt aufs Jahr wahrscheinlich. Also ich trinke nach wie vor ein Bierchen, aber halt zu einem besonderen Anlass. Das heißt, ich habe so dieses Daily Feierabend Bier, das ist komplett weg, das darfst du nicht machen, das legt ab 30 legt es an. Also bis ich 30 war, habe ich es auch nicht gemerkt, aber ab 30 legt es an. Das Problem an Alkohol ist halt hauptsächlich, der Körper, sobald Alkohol im Blut ist, will der Körper das wegkriegen, das ist Gift und dann setzt er das auf die Prioritätsliste Nummer 1. Und dann tut er nichts anderes mehr. Also er verbrennt kein Fett mehr und nichts dergleichen, sondern er kümmert sich nur darum, diesen Alkohol rauszukriegen und deswegen ist das für den Körper immer schlecht. Zusätzlich hat Alkohol natürlich vorhause viele Kalorien oder in dieser Art von Getränk stecken viele Kalorien und dann kriegt man auch noch Appetit, das heißt, das sind drei Faktoren, die dafür sprechen, dass du mit Alkohol trinken zunimmst und deswegen habe ich hauptsächlich darauf verzichtet. Also klar, das Bierchen einmal, wenn es mal irgendeinen Anlass gibt, dann halt nur eins und nicht fünf und das schmeckt dann auch viel besser, muss ich sagen. Also da habe ich mich wirklich umgestellt, das ist Kostüberwindung und ja, kann man, aber muss man auf jeden Fall machen, anders hat man keine Chance. Dann grundsätzlich, was das Essen anbelangt, ich habe halt einfach versucht, von allem weniger zu essen. Man braucht teilweise diese großen Portionen gar nicht, die man sich einbildet oder denkt zu brauchen. Also die brauchst du nicht. Die Sache ist die, der Körper kann, ohne sich darauf zu trainieren, kann in der Stunde 40, 50 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. 40, 50 Gramm Kohlenhydrate, das ist in Essensform nicht viel. Das heißt, so eine Pizza hat mehr. Und dann ist die Frage, wenn du jetzt eine Pizza isst und in der Stunde wird die verdaut und aber 50 Gramm Kohlenhydrate sowieso nur die Hälfte von der Pizza sind, dann kannst du dir vorstellen, wo die andere Sache hingeht. Entweder wird es eingespeichert in die Glucose speichert, da ist aber die Frage, kann das wirklich da reinbringen in dieser kurzen Zeit oder lagert das das Fett ab. Das ist so die entscheidende Frage. Deswegen habe ich eigentlich versucht, weniger zu essen, dafür aber so öfter was. Und da eben auch bedachter, nicht immer die Pizza oder nicht immer die Burger oder die Pommes oder irgendwie sowas, sondern halt dann ein bisschen mit Reis, ein bisschen mit Gemüse dazu, was die Soßen anbelangt, versuchen ein bisschen kalorienarm, ärmere Soßen und so weiter. Und da auch so ein bisschen mitdenken, wie viele Kalorien brauche ich denn unbedingt? 30, 33 Jahre alt, 1,82 Meter groß, jetzt 77 Kilo, brauche ich eben am Tag so 2200 Kalorien beim hier daily ein bisschen rumsitzen und ein bisschen nichts tun. Also mehr Kalorien brauche ich nicht und unabhängig jetzt vom Sport, weil das kommt später. Von dem her muss ich auch beachten, dass ich natürlich nicht immer ein Kalorienübermaß zu mir nehme, weil klar, dann legt es an. Also versuche ich immer in dem Bereich zu bleiben, was ich auch verbrauche an Kalorien. Dann kann man sich natürlich auch dementsprechend gesund ernähren. Also ich versuche natürlich so ein bisschen eben, wie schon gesagt, mit Reis. Der hat sehr gute Kohlenhydrate, die langanhaltend sind und nicht so schnell ins Blutschießen, sondern langanhaltend. Da sind viel Gemüse, weniger Fleisch tatsächlich. Habe ich am Anfang nicht gedacht, dass ich das brauche, aber mir geht es besser mit weniger Fleisch oder fast gar kein Fleisch, eher so ein bisschen Alternativprodukte. Also kann man schauen, dass man sich da einfach relativ gesund ernährt. Das Problem ist so ein bisschen, wenn du unterwegs bist und da muss es schnell gehen, irgendwie Tankstellen fraßen und so weiter. Das ist natürlich höchst gefährlich und das versuche ich absolut zu vermeiden und versuche da eigentlich eher so auf, ja doch halt zum Edeka und irgendwie ein paar Nüsse mitnehmen und ein bisschen Trockenfrüchte eben ersetzen, anstatt der Leberkässemmel. Das ist so, wo ich halt in die Richtung gehe. Und das hat wirklich viel gebracht. Und das versuche ich eigentlich, das ist so, das ist eine Einstellung geworden. Das ist eine Einstellung geworden und das ziehe ich eigentlich permanent durch. Und wenn ich mal eine Pizza esse, dann ist das schon eine Ausnahme. Fasten, ich mache so ein typisches 16-8, unbewusst. Also das heißt, ich esse quasi 16 Stunden eigentlich nichts vom Abendessen bis Mittag. Warum? Stichwort Keto, über die Nacht in die Fettverbrennung und dann über mehrere Stunden fängt dann an, eben der Körper in einen gewissen Modus zu gehen, wo er echt wahnsinnig gut in der Fettverbrennung hängt und dann fällt mir das auch nicht schwer, nichts zu essen bis Mittags. Also ich habe jetzt, jetzt ist es Viertel nach zehn, ich habe noch nichts gegessen. Ich habe mein Magnesium getrunken, ich trinke jeden Tag Magnesium, 400 Milligramm für den Sport und auch so fühle ich mich dann mir besser, weil ich dadurch weniger Verspannungen habe. Und einen Kaffee getrunken mit Hafermilch, also ohne Zucker. Und ich habe keinen Hunger, noch nicht. Also Viertel nach zehn, ich denke so Viertel nach zwölf werde ich wahrscheinlich Mittagessen, zwei Stunden. Und dann esse ich halt ein bisschen Reis, ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Salat und so weiter. Vielleicht ein Vollkornbrötchen dazu, irgendwie so in die Richtung. Und das heißt, mir fällt dieses 16-8 gar nicht so schwer, weil ich morgens wahnsinnig gut in der Fettverbrennung drin bin und die ziehe ich raus. Und ich habe auch Kraft, ich fühle mich jetzt nicht schwach, ich fühle mich nicht dasig, nicht schwindelig, sondern ich merke, ich habe noch nichts gegessen, aber mir geht es gut dabei. Und ich fühle mich auch besser, ich habe das Gefühl, der Körper mag das gar nicht so, wenn er so überfüllt wird mit Essen. Also ich fühle mich wirklich besser und auch fitter und gesünder und so weiter. Das ist so das Thema Ernährung, so ein bisschen so angeschnitten. Also ich will jetzt nicht brutal ins Detail gehen, weil das wird ja dann leiden. Das ist ja schon ein wahnsinniges Thema, was man ausweiten kann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, Thema Sport. So, das Problem ist, unser Motorradmotorsport ist ein hochintensiver Sport. Das heißt, du brauchst in kürzester Zeit sehr viel Leistung. Dazu brauchst du einen Ausdauersport, den du in einem geringen Maß an Leistung machen kannst. Wieso? Hintergrund. Das bestimmt viele draußen im Frühjahr, im Sommer siehst du viele draußen, die jobben gehen, die vielleicht noch am Anfang ihres Prozesses sind, sieht man vielleicht auch. Und dann laufen die und haben einen feuerroten Kopf, das Wasser tropft drunter, die schnaufen, pusten wie ein Walross. Und wenn du auch einer von denen bist, dann lass dir sagen, das bringt nothing. Also 0,0, das bringt dir gar nichts. Das erschöpft dich nur, das macht dich nur am Arsch. Du bist am nächsten Tag am Arsch, bist am selben Tag am Arsch. Du brauchst drei Tage, bis du wieder regeneriert bist. Das bringt nichts. Warum? Weil du beim Laufen speziell sofort, vor allem wenn du es nicht gewohnt bist und nicht gut kannst und noch nicht viel gemacht hast, bist du auf Anhieb in einem sehr hohen Pulsbereich. Und in diesem hohen Pulsbereich, ich versuche das jetzt vereinfacht zu erklären, weil es gibt sehr viele komplexe Sachen, was das Thema anbelangt, aber in diesem hohen Pulsbereich brauchst du sofort Kohlenhydrate. Das heißt, der Körper greift sofort auf die Glukosespeicher zu und sagt, hey Alter, wir müssen hier Leistung abliefern, gib her, was du hast. Und der verbrennt dabei so gut wie kaum Fett. Das heißt, du verbrennst gerade mal die Pizza, die du vor zwei Stunden gegessen hast. Und sonst nichts. Und das ist das Problem, dass dir das nichts bringt. Das baut zwar die Muskulatur auf, aber verbrennt das Fett nicht. Das heißt, du sorgst eigentlich dafür, dass du noch mehr Masse machst und nicht weniger. Von dem her ist das relativ unlukrativ. Das heißt, du musst eigentlich versuchen, in einem eher geringeren Pulsbereich dich zu bewegen. Also sprich, bei mir ist es so 130, 135, 140 ist schon ein bisschen viel. Und da haben wir bei mir am Stufentest herausgefunden, dass ich da in einer perfekten Fettverbrennung bin. Und quasi Fett, also ich habe jetzt noch irgendwo 13 Prozent Körperfett. Das heißt, 13 Prozent von 77 Kilo ist eine Menge Gewicht, eine Menge Holz, mit dem ich quasi lange Energie habe. Und deswegen versuche ich 80 Prozent meines Trainingumfangs in diesem Bereich zu trainieren. 135er Puls. Das ist erstmal nicht schlecht, weil das ist gar nicht einmal so anstrengend. Aber es ist sehr viel Disziplin, weil das natürlich, so ging es mir auch immer, ich wollte immer, alter, gib Gas, all in. Und das bringt aber nichts. Und deswegen habe ich auch bewusst das Thema Fahrradfahren mir ausgesucht, weil ich beim Fahrradfahren die Leistung besser dosieren kann und nicht wie beim Laufen sofort in so einem hohen Pulsbereich drin bin. Fahrradfahren, 135er Puls, alles klar, eineinhalb Stunden. Kopf abschalten. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Und das geht beim Laufen bei mir nicht. Und mit diesem langsamen Training ist eigentlich der Vorteil, da gibt es viele medizinische Hintergründe, also zum einen wird das Herz ein bisschen größer, die Mytheon-Rennen bilden sich weiter aus, die Autobahnen zu den Muskeln, wo du dann Energie liefert kriegst und so weiter. Das heißt, du kannst eigentlich mit weniger Leistung mehr Leistung bringen, wenn du in diesem Bereich trainierst. Und das ist mega effektiv. Aber meines Erachtens bringt es nichts, das eine halbe, dreiviertel Stunde zu machen, sondern Minimum eineinhalb Stunden, also 90 Minuten, im besten Fall zwei Stunden. Also ich mache das eigentlich zwei Stunden und das Ganze drei bis vier Mal die Woche. Das musst du aber noch nicht am Anfang so machen, das wird erst später, wenn du dann noch fitter werden willst. Aber komme ich gleich darauf. So, und dann, das mache ich 80% des Trainingumfangs und 20% mache ich quasi hochintensive Intervalle. Also, dass ich sage, okay, 30 Minuten Warming-Up und dann Intervalle fahren am Fahrrad, um quasi dann dem Körper zu zeigen, okay, wir können auch noch Kohlenhydrate verbrennen und das lernen wir eben dann auch. Und das in Kombination ist ein wahnsinnig effektives Trainingsmuster und ich versuche das so in vier Tagen zu machen. Also ich mache quasi erster Tag zwei Stunden Grundlagen-Ausdauer. Zweiter Tag hochintensive Intervalle. Ich versuche das relativ am Anfang der Woche zu machen, nicht gleich am ersten Tag, aber am zweiten Tag passt es mir ganz gut. Und am dritten und vierten Tag wieder Grundlagen. Und dann mache ich zwei, drei Tage Pause und fange wieder von vorne an. Und in diesen Tagen, wo ich quasi trainiere, versuche ich natürlich auch das Essen anzupassen. Also ich fasse Essen weiter nach oben, versuche mehr Kohlenhydrate zu essen, schon vorher einzulagern mit ein bisschen diversen richtigen Kohlenhydraten und so weiter. Und vor allem auch dann während dem Training Kohlenhydrate zuführen. Also nicht leeren Magen oder nicht nüchtern oder nicht mit Essen bringt nichts oder nur die Schwachen essen beim Training, das stimmt nicht. Man hat herausgefunden, früher war das anders, aber heute weiß man, dass im Feuer der Kohlenhydrate verbrennt das Fett am allerbesten. Das heißt, du musst immer langsam minimal zuführen, den Körper schon bei Laune halten, dass die Glukosespeicher immer da sind und dann verbrennst du trotzdem permanent Fett. Also das ist nicht wahr, dass man sagt, okay, Fettverbrennung geht nur bei leerem Magen. Das ist Blödsinn. Fettverbrennung geht, wenn der Körper in einem geringeren Leistungsbereich funktioniert, weil er dann sagt, okay, ich habe die Zeit, um auf die Fettreserven zuzugreifen. So laienhaft ausgedrückt. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Und da versuche ich halt mit Flüssigkohlenhydrate in Form von Getränken, also spezielle Getränke mit Kohlenhydrate, so um die, also wenn ich jetzt hochintensive Intervalle mache, versuche ich 70, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Im Grundlagenausdauerbereich 40, 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde während dem Training. Und natürlich dementsprechend vorher schon vorzuladen, zwei Stunden vorher dann Verstoff wechseln lassen, bis der Blutzucker wieder ein bisschen runtergeht, das Insulin wieder runtergeht und dann passt perfekt. Und nach dem Training auch wieder dementsprechend mit Eiweißen und auch Kohlenhydrate, um den Afterburn-Effekt so ein bisschen zu nutzen, um den Muskel weiter aufzubauen. Aber da natürlich so ein bisschen angepasst. Und wenn dann Off-Day ist, zum Beispiel vorgestern und gestern hatte ich Off-Day ist, heute geht es wieder weiter, da esse ich dann relativ wenig. Also das merke ich dann auch, da braucht der Körper dann gar nicht so viel, wenn ich dann keinen Sport mache. Und dann esse ich auch weniger. Und ja, was hat das für einen Effekt für das Motorradfahren auf der Rennstrecke? Einen wahnsinnigen. Also du brauchst einfach weniger Leistung, um mehr Leistung zu generieren. Und das ist wahnsinnig interessant. Speziell hatte ich jetzt im Falle Misano, 38 Grad, Lufttemperatur 58, Asphalt war massiv heiß, vier Tage am Stück. Ich bin einfach durchgefahren. Ich bin jeden Tag, jeden Turn durchgefahren. Und es war mir egal. Klar, es war heiß, es war anstrengend. Klar, habe ich geschwitzt und der Körper ist auch, wenn er gut trainiert ist, fängt er sofort zu schwitzen an, was ein gutes Zeichen ist. Aber ich war nicht erschöpft. In dem Sinne von, ich kotze jetzt gleich in den Helm rein. Das war nicht der Fall. Sondern eher, ja, es ist anstrengend, aber ich fühle mich gut. Tut gut. Tut gut so richtig zum Powern. Und da brauchst du auf jeden Fall ein massiv wichtiges Ausdauertraining. Und das kannst du in Form von entweder Fahrrad, würde ich empfehlen, wenn du laufen kannst, ja, aber im geringen Impulsbereich. Oder Berggehen oder Cross-Trainer oder so. Irgendwas dergleichen. Zusätzlich mache ich noch Stabilisationsübungen, um so quasi ein bisschen den Rumpf und den Bauch und die Brust und die Schultern auch mitzutrainieren. Natürlich nicht, um solche Oberarme zu kriegen. Das brauchen wir im Motorradmotorsport nicht. Wir brauchen gute Hüfte. Wir brauchen gute Oberschenkel. Das geht durch das Fahrradfahren. Hüftstrecker und so ist das Fahrradfahren auch vollkommen geil. Und halt eben Stabilübungen in Form von Planks, Liegestütz, verschiedene Arten von Planks, Bauchmuskeltraining und so weiter, Rückentraining. Das sind so meine zusätzlichen Stabilisationsübungen, die ich halt für den Oberkörper und für den Rumpf mache. Und das reicht eigentlich vollkommen aus, diese beiden Kombinationen in Verbindung mit der Ernährung, dass ich fit bin. Und beim Motorradfahren ist das eine absolute Schau, weil du einfach so hoch konzentriert bleiben kannst. Dir machen die hohen Temperaturen nicht so viel aus. Du empfindest die Anstrengung nicht so krass, weil dein Körper einfach gewohnt ist, die Muskulatur zu versorgen mit Energie. Und ja, und kann ich nur empfehlen, weil du vom Kopf her so viel schneller bist, weil du einfach cooler bist. Du bist nicht so schnell blau, du bildest nicht so schnell Laktat im Blut, weil du eben nicht so schnell in diesem oberen Pulsbereich bist und so weiter und so fort. Also wirklich, das ist die Basic zum Motorradfahren, das hat mein Leben verändert. Sportlich gesehen, gesundheitlich gesehen, Tagesgefühl, verfassungstechnisch ist auch ein Thema. Also ich fühle mich einfach im ganzen Alltag besser, Kopf ist besser, alles ist strukturierter und ordentlicher. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten, wenn du jetzt damit anfangen möchtest, dann würde ich dir den Tipp geben, du brauchst nicht acht Stunden die Woche machen, wie es jetzt ich vielleicht schon mache, sondern es würde reichen, wenn du am Anfang zweimal die Woche eineinhalb Stunden dir ein Ausdauertraining suchst. Also zweimal eineinhalb Stunden. Nicht viermal eine halbe Stunde oder nicht fünfmal eine halbe Stunde, das bringt nichts. Versuch eher eineinhalb Stunden, also 90 Minuten moderates Grundlagen-Ausdauertraining, aber zweimal die Woche. Wenn du merkst, das geht auf einmal easy, dann dreimal die Woche eineinhalb Stunden. Bevor du die Intensität in Form von Leistung steigerst, versuch erst den Umfang zu steigern, also länger. Aber du wirst merken, oder öfter, aber du wirst merken, dass nach zweimal eineinhalb Stunden Ausdauertraining pro Woche, du nach vier Wochen, wirst du einen wahnsinnigen Fortschritt haben. Und dieser Fortschritt bringt dich eigentlich dazu, dass du sagst, wow, jetzt bin ich schon so weit gekommen, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr missen und das soll jetzt auch so bleiben, also machst du weiter. Und das war bei mir so, ich habe angefangen mit zweimal eineinhalb Stunden pro Woche und merkte signifikanten Unterschied. Sofort, so nach zwei, drei, vier Wochen so, wow, cool, ich fühle mich besser, ich fühle mich anders, ist irgendwie alles leichter. Ich habe schon die Hose, es ist ein bisschen lockerer, alles klar, machen. Also wirklich kann ich nur empfehlen, die Zeit hat jeder. Ich bin auch selbstständig, habe Kinder, Frau, Haus, Hund und trotzdem finde ich die Zeit, weil das ist meine Zeit, das ist mein Kapital, unser Körper ist unser Kapital. Wenn ich mit 45 in der Kiste liege oder krank bin oder Herzinfarkt oder sonst irgendwas habe, dann hat keiner was davon, auch nicht meine Kinder. Das heißt, ich muss mir jetzt auch die Zeit für mich nehmen, um halt dann für andere auch Zeit zu haben oder um effektiv zu sein in dem, was ich mache, im Job und so weiter. Und teilweise mache ich das auch morgens schon vorm Job. Eineinhalb Stunden Fahrrad fahren im Sommer, eine richtig geile Sache. Fünfer morgens aufstehen, losgehen, eineinhalb Stunden Fahrrad fahren, duschen in die Firma, dann bist du schon richtig fit. Also kann ich nur empfehlen, macht es, lasst euch motivieren. Es wird euch euren Sport, den Motorrad, Motorsport sogar effektiver gestalten lassen, weil ihr mit dem gleichen finanziellen Aufwand in Form von Streckengebühren über das Jahr mehr davon habt. Ihr könnt es mehr nutzen, ihr könnt es euer ganzes Leben besser nutzen, als wenn ihr nicht fit seid. Weil ihr könnt es einfach mehr geistig und körperlich ausnutzen. Und das Coole ist auch, was noch ein zusätzlicher Abschlussbenefit ist, der Sport kostet so gut wie kein Geld. Also der Ausdauer und zum Stabi-Übungen machen, brauche ich gar nichts außer eine Matte. Oder von mir aus einen Teppich, wenn es sein muss. Oder wenn es sein muss, gar nichts. Dann lege ich mich auf den Betonboden und mache da meine Übungen. Also von dem her, ihr braucht 0,0. Und das ist halt echt cool. Also kann man nur empfehlen. Sucht euch die Motivation, holt euch den Grund dafür, das zu machen. Und schreibt es gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen darüber sind. Habt ihr das schon gemacht? Habe ich euch jetzt motiviert? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten gebt es dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.